Ey, hier oben! Oh! Down! Der ist auch fast down, der andere Typ. So Delay, machen wir nochmal boobock. Boobock, wow! Aka Tau! Soll ich mir weh tun, Kevin? Ewe! So Delay! Kinder, wo seid ihr? Ah, die Worms zur Kiste! Das Gas breitet sich aus! Sicherheitszone verlegt! IEI! K.O. Tot! Hm, der eine ist da noch. Wo ist er? An der Kiste? Da! Steht ihr hinter den Röhrern? Warte! Pusche die Säuze! Er ist so gut wie tot! Ganz ruhig hier! Oh! Mauer! Ah! Ich hab ihm einen Hit gegeben! Ja, er hat mir aber auch! Oh! Er hat mir einen bösen Hit gegeben! Okay, Digga! Weiß ich jetzt nicht! Ich hoffe, er trifft mich jetzt nicht! Nein, er trifft mich nicht! Ach, da ist noch ein anderer! Der ist links auf dem Wasser! Oh! Oh, oder? Oh! Nein, beide! Der passt auf! Oh! Die Beine! Er leckt! Cooler! Jeder Sheep-Break! Rot, Junge! Boom! Oh! Der Feind nähert sich! Der Feind nähert sich! bei mir oder bei mir bei mir bei mir bei mir dann noch mal auf den kran hoch und dann können wir von da aus weiter fliegen einen schönen gebäude hier das ist ein modell ist kein kircher gefährlich aber wir sind mitten in der zone und die zone wird wahrscheinlich sogar zu uns kommen das ist b und ich habe noch eine präzision luft er ist auch von der typ ja ich habe fritz gemacht nur noch einer von denen lebt ich höre die schüsse habe ich sehe die gegner nicht das gas kommt näher neue sicherheitszone wird markiert hast du eine gasmaske brauchst du muni ja sturmgewehr werde nicht schlecht war das falsche munition was ich habe kiste ist noch da ist untypisch warum leben denn noch so viele und obelich von welcher rein das machen wir jetzt das machen wir jetzt ganz langsam du hast du hast auch granaten die können wir gleich machen wenn uns jemand abschießt er musste ja dann musst du dich auf dem boden werfen da würde ich jetzt nicht stehen wenn ich anders habe diesen auch da bei uns und sich aber ich jetzt nicht hast du die granate ich ziehe durch links wo ja sache sie auch durch die wollen uns pushen wir sind bei der tankstelle und da wo wir gekommen sind ja wir sind auf der bühne sowie hoch sollen wir hoch nein 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 zwar ein 2er ein 1er ich guck hinter dir du guckst da einer muss vor uns sein die sind über die anderen zwei sind über uns wir haben aber die bessere position wo ich muss ich spiel gerade aus meinem game einfach getappt digga mach keine fachs mach keine fachs die sind bei mir auf meiner höhe will jetzt aber gerne piken eigentlich wir sind hier doch in der zone wo ich bin halt direkt über uns das ist halt schmutz ja er wirft schon warte mal warte die sind im haus im haus im haus du musst jetzt gleich wenn wir müssen gleich geradeaus dann musst du dir in der links kann wir auf die treppe du musst eine gasgranate werfen geradeaus auf die treppe vor uns musst du die werfen jetzt 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 wo big 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 warte 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 cover komm ich ich bin ganz oben ich komme auch hoch unter uns unter uns drin ich muss springen okay er ist fast da ohne ich hab noch kraft ich hab ihn gefickt ich hab ihn gefickt wo war der andere der ist gestorben der war im gas ich hab den einen shit break gegeben und dann hat er mir aufgegeben pick 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 heftig digga heftig ich 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 ich